Konrad? Ja? Ich hab das Problem seit dem, seit dem letzten Update ist es so, dass bei mir Chunks einfach, also die Chunks loaden so, weißt du? Tja, ist nicht unser Problem. Also die Chunks loaden die ganze Zeit. Also immer wieder müssen manche Chunks neu geloaden. Sprich mal deutsch mit uns, Alter. Die Chunks loaden die ganze Zeit, so müssen die Chunks neu geloadet werden, Alter. Och Mann! Wird hier so gemobbt. Achtung, Leute, Achtung, Achtung, ich bitte jetzt alle aus dem Testgebiet rauszulaufen. Ja, ist ja gut, Rump, da ist sowieso niemand. Lass ihm doch seinen Spaß. Wieso geht das nicht? Warte mal. Gucken wir erstmal, ob in der Query überhaupt Saft drinne ist. Saft? Saft. Da ist gar kein Strom drinne, du Honk! Warum denn nicht? Hä, weil das wollte ich das denn wissen. Hä, weil klatsch rein. Auf den Kabeln ist auch kein Strom, du Honk! Oh mein Hon. Nein, die Teststreckt Insert. So. Herbert, du kannst noch... Da ist ja noch kein Strom drauf. Die Kallen ist immer noch kein Strom. Warte, ich mach kurz noch mal. Ach nö, wir müssen uns jetzt wieder alles aufbauen und... Ich bin richtig stolz. Soll ich euch helfen, Leute? Ihr kommt irgendwie grad nicht klar, oder? Also, es liegt grad an den Kabel, nicht an der Query. Oh, ich dachte, ich hätte alles verbunden. Oh, jetzt müssen wir nochmal hochlaufen. Oh, Ruben! Ne, ne. Wir müssen jetzt den Kabel verlaufen... Oh, scheiße, es kann sein, dass ich, als ich da runtergebaut habe, ähm... ...ne Lücke gemacht habe. Komm, Jona, mit. Wir müssen jetzt... Oh. Warte, warte, warte. Sofort, sofort, sofort. Wo bist denn du? Ich bin wieder nach oben gegangen. Ich muss mir jetzt mal ein paar Cheeseburger reinziehen. Jetzt muss ich aber erstmal Cheeseburger... Hehehehe. Oh, ne. Wo bist denn du? Ich bin wieder nach oben. Okay, gut. Ich komm auch mit nach oben. Ne, noch einen kleinen Schluck von meiner Kohle. Dunkel. Oh, mein Amüssystem ist aus. Hm. Ja, deliziös. Gut. Scheiße, wir kommen... Hä? Ach so. Ähm. Wo bist denn du? Ich bin da wieder oben, wo der Fahrstuhl ist. So, ich wollte nur Luggage holen. Okay, gut. Warte, dann komm ich auch zum Fahrstuhl. Das macht so Spaß. So, jetzt muss ich hier ein bisschen aufbuddeln. Genau. Minecraft live. Und es macht so Spaß, Leute. Hä? Oh, muss jetzt... Muss jetzt diesen blöden... ...dieses dumme Ding da wieder hoch... ...was so ist. Okay. Das hier geht rum. Da war grad... Da war grad so ne... Ich dachte, der war grad... Egal. Ich hoffe, das ist richtig, oder, Rufen? Warte, warte. Rufen, warte auf mich. Na, scheiße, ich bin falsch. Ah, jetzt laufe ich das... Ich hab... Ich hab den Fehler gefunden. Was denn? So, ich hab hier was nicht verbunden. Äh, jetzt muss ich diese ganzen... Diese ganzen Scheiße jetzt so... Okay, gut. Ähm. Du weißt, wie viel produzierst du in einem ProTik insgesamt mit deinem ganzen Generatoren? Ich habe, ähm... Ich habe ne... Dings hier, wie ist sie? Ne Capacitor Bank. Capacitor Bank. Ist die voll? Ja. Wie viel sind drinne? 5.000. Nee, never. 5 Millionen. Entweder 5 Millionen oder... Gar nicht. Doch, 5.000 sind das. 5.000? Das ist gar nichts. Jonah, es sind 5.000. Ach so. 1.000.000 ist erst in der Vibrance. So viel kann ich ja nicht speichern. Hä, wieso geht das da nicht rein? So. Jonah? Ja? Warte, ist hier auch was drin? Ja, jetzt ist hier auch was drin. Hä? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss bei diesem denkwürdigen Moment dabei sein. Lol, ich habe wahrscheinlich eine Dirt selber. Achtung. Energieanschluss in 3, 2, 1. Ich habe einen Dirt, das heißt... Oh ja. Sie fängt an zu arbeiten. Drei sind Dirt 3.1. Meine Chunks. Das habe ich auch schon gehabt, ne? Das ist ja beschissen. Deshalb braucht es jetzt diese komischen Blöcke, die im Weg sind. Im Grunde, warum das nicht im... 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 Ach du Scheiße, ey. Und die Musik. Die Chunks bei mir ist... Ey, total ist... Ihr muss hier weg. Oh fuck. Aber das ganze Licht ist... Es schwindet. Ah. Mann, ist das geil. Und was? Hier sind schon die ersten... Nein? Sind noch keine Blöcke drin? Was? Sind da noch keine Blöcke drin? Ja, wird es mal rin kommen? Weil diese Blöcke da... Weil die im Weg sind. Ach so. Das heißt, die Ferry fängt noch gar nicht an. Ach so. Du musst erst mal das Gebiet ausheben, in dem sie arbeiten möchte. Okay, dann... Dann habe ich jetzt... Ein halbes Deck... Mackeln verloren. Na, egal. Wir haben hier... Oh Gott. Nein, jetzt so lange ist das noch nicht schlimm. Du kannst dich noch ein bisschen rumlatschen. Alles kein Problem. Na ja, ich weiß... Oh, wer guckt es dir an? Ich empfange dich unten am... Am Eingang. Leute, ich... Ich möchte... Ich möchte noch wissen, wie viel Energie das zieht. Hast du schon mal eine Mülltonne gesehen? Ja, ne? Ne. Oh, Rufner, es zieht richtig viel. Und die öffnen oder so? Ne, leider nicht. Die macht... Die macht locker in einer Minute eine ganze Million... Ja, ich ziehe es. Air-Effekt. Warte, komm mal. Eine Million? Eine Million. Ohne Mist, nicht mal eine Minute. Ne, Capacitor Bank passen eine Million rein. Guck mal. Ne, guck mal. Also ich hätte ja lösen. Feierpit, was? Wo bist du denn? Ne, du musst jetzt wieder zurückkommen in den Flur. Und mit rufkommen. Guck mal. Die arbeite auch so. Das heißt, die würde halt ein bisschen langsamer arbeiten als normal. Vielleicht kann man hier auch ganz normal hochkommen von beiden Seiten. Und dann bist du hier bei den... Bei Mike. Ich hab auch nicht... Und ganz diese kommen wir schon leider hier auch hoch. Hier oben habe ich jetzt aber ganz normal nichts. Was ist denn deine Energieproduktion? Ich fand die leider vorher aber schöner, echt. Ja, findest du? Ja. Die sieht hässlich aus. Oh scheiße, das sieht echt verdammt viel Energie an. Äh, in welchem... Natürlich. Wie sieht's, wie sieht's bei dir aus? Jetzt. Achso. Möcht' ich mal einen Sterling Generator. Ist die Textur vielleicht, die komisch aussieht bei mir. Mach keine Sterling Generator. Mach keine Sterling Generator. Mach gleich Lava. Bitte? Haken, ne? Mach gleich Lava Generatoren. Na, ich habe jetzt aber einen schon fertig. Achso, na gut. Ist egal, aber die Kohle hast du sogar mit. Ja, die Kohle, die haben wir. Da wolltest du direkt erst. Du meinst, auch von Herbert, ne, der hat ja 15.000 oder so. Wollen wir mal gucken. Wollen wir mal gucken, lass dich erst mal frei. Ich würd, ich würd nicht nur ein, ich würd gleich so 20.000 oder so. Ich muss jetzt noch ein paar Fenster bauen, weißt du, dass man hier noch rausgucken kann. Sonst? Ja, wäre mal gut. Sonst? Sonst, wollen wir beide vielleicht so ein Abkommen machen? Ich muss noch ein Abkommen, dass wir unser Netz zusammenschließen. Oh ja, Bibliothek, Herbert, danke. Sehr gut. Gut Idee. Das könnten wir machen, Jonas. Das wäre eigentlich ne, ne, ne coole Idee, weil ich hab zur Zeit kaum Maschinen und hab nen totalen Energieüberschuss. Also, total wirklich krünftig. Ja, dann müssen wir aber erstmal die Leitung verlegen. Und ich glaub, dass wir das geschafft haben. Ein, 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 noch ein interessantes Programm. So, jetzt beginnt das, was ich letztens schon mal angedeutet hab, warum auch immer das war. So, jetzt fängt sie an, die Krayle baut sich jetzt auf. Und jetzt hört Angst, fängt an. Ich muss aber für Energie sorgen. Hey, die ist mega schnell. Also, bis jetzt ist sie noch mega schnell. Ich guck mal ganz kurz. Ja, weil sie jetzt noch Energie hat. Aber das wird bald sehr viel weniger. Du hast... Äh, äh, Lava. Du hast mich. Aber scheiße, Lava wegbauen, sonst, 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 äh, sonst fliegt die dir hier in dem Raum rum. Warte mal, ich mach das. Echt? Ja, dann bitte. Schaffst du das noch? Ja, ja, die ist nicht so... Noch ein paar Reihen weg. Zack. Äh, zack. Ich bin zack. Ich bin zack, äh, hierhin. Das ist dein. Guck mal, ne? Die brauchen noch ein bisschen, bis sie bei mir ist. Oh nein, jetzt wird runtergefallen. Alter, Spinne. Extract. Und da kommt jetzt erst mal eins und sie. Jörg. Scheiße, ich komm nicht. Puhle rein. Was ist das? Ach, ja, ey. Komm mal. Alter. Aber du brauchst, du brauchst richtig viel. Also, nicht mal sechs Sterling-Generatoren könntest dafür sorgen, dass sie so schnell abbaut, wie sie könnte. Nein. Wie gesagt. Ich würde dir helfen. Nein. Bauen noch eins. Hast du noch einen Sterling-Generator, Jona? Ich hab noch sechs Sterling-Generatoren. Ich hab dir einen Sterling-Generator gerufen. Ich hab noch vier Sterling-Generatoren und ein Sterling-Generatoren mit so einem Auflevelungs-Generatoren. Ich hab noch einen Sterling-Generatoren-Generatoren-Generatoren-Generatoren-Generatoren. so einen kleinen Holz-Generatoren-Generatoren-Generatoren-Generatoren-Generatoren. Äh, bitte was? Ich hab gleich eine Query-Generatoren-Generatoren-Generatoren-Generatoren-Generatoren-Generatoren. Äh, ist es schlimm, wenn das irgendwie jetzt unschön aussiehen wird? Äh, ne. Und ich brauch noch neue Energiekabel. Ja, aber da hol' ich dir. Gut. Ja, scheiße, ich hab nur noch... Warte, wenn du... Nee, okay, da kommst du jetzt zu schnell nichts ran. Komm, in welches Holz verwendest du immer in Junglewood, ne? Äh, also mehrere. Die Dark Oakwood. Die Dark Oak ist bei Hochgrant, genau. Sonst kann ich das bei deinem... bei deinem Energy-Netz einfach mit anschließen, einfach da oben einfach ran klitzen? Ja. Nein, nein, das mach bitte nicht. Warte mal, ich muss grad mal gucken, wie man das... Ich weiß, das sieht scheiße aus. Ach, da ist ja auch keine Spitzhacke jetzt. Ach, du hast ein Crafting-Tabler. Es hat natürlich auch keine Materialien für die Spitzhacke mit. So, ein... Ich bin gleich da. Gut. Ich muss noch ein paar Sachen in den ME-Generator legen und dann... dann noch was an rausholen und dann... Mann, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man sowas baut. So ein Vorsatz von einem... Von... Wie heißt denn das? Erka? Heißt sowas Erka, glaub ich. Warte, ich google mal. Ja, sowas heißt Erka. Erka, ne? Ja. Erka. Erka. Minecraft. Gib ich ihm ein. Gut. Genau, so ein Vorsatz. Aber nee, ich brauch's richtig. Und dann muss denn da noch... Ähm... Gibt ein ordentliches Bild hier. Okay. Sehr schön. Okay. Warte, dann muss aber... Er hat nen Update, der produziert 33% mehr als normal. Das heißt, das muss auch weg. Gucken wir mal, wie das neu aussieht. Wie mach ich probier das erstmal in einem Fenster aus, was kann man denn noch... Ups. Weitermachen. Oh Mist. So. Warte, der soll hier gar nix machen. Warte, ich mach schon mal Input dort. So. Cert. So. Dann müssen wir überall... Ähm... Extract. 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 dann gerne bald weil ja 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 klamiere was hast du ein zweites mit warte ich warte noch kurz bis das glas hier durch schmilzt er wird ich habe jetzt ein ergabeschen fertig gebaut den lasse ich auch so dass das glas durch also ich bin im bett im schlafzimmer ich bin in diesem ich stehe auch im bett warte ich muss auch im kühlberg kämpfen klar moment sorry so ab ins bettchen ich bin so froh dass ich mein haus endlich mal weiter jetzt liegen wir alle zu viert im bett ja ja klar das ist mein schlafzimmer deswegen wo war ich jetzt stehengeblieben hier oben gut ich kann mal wieder zu dir rufen ich gehe wieder zu herbert und ich glaube mir dort sie habe ich in das glas geschehen wie ich halten kann ich habe ich ich warte mal ich mache schon mal bisschen kohle rein mir selber kohle aus was er macht kohle blöcke gemacht kohle blöcke ok na gut so viel kohle habe ich nun auch nicht aber herbert das hier glaube ich oder du musst in seine query hin ich habe vorher ausstand so gar nicht hab jetzt mal die architekt habe ich mitgebracht ich habe auch eine aber trotzdem danke ja aber das muss ich mir warte mal ich muss jetzt mal das glas machen oder jona naja ich will mal guck ich will an sich auch mal hierher gibt es window frames aber da kann man dafür ein glas einbauen ach street glas ist es das nee hä welches das habe ich denn benutzt ist das japanese oh gott ist mir runtergefallen ach das sind die scheiden wir arbeiten jetzt alle erst mal dann gehe ich mal ganz kurz runter zu deinem das ist noch ein bisschen problematisch aber warte mal da kommt jetzt erst mal das glas hin ich weiß halt noch nicht so ich komme jetzt im dreichticht kohle ist gut ich habe schon mal auf vorschuss neben erst mal das glas warte wird das muss dann ja hier oh man ich hasse es einfach oben gegen ich kann ja einfach drücken schreibe mittwoch ein ich habe auch nicht so ein glaube ich tragisch die musik war gar nicht besser dann hat er der rege tragen ich schreibe einen teintest nicht gehen das komisch aus am weiten das ist komisch aus ja von vorne irgendwie so ja das ist so klatschen scheiße ruhe das wegen meinten alles fliegt durch die gegend was schon schon die kisten irgendwas muss hier bei deinen irgendwie muss die leitung nicht angeschlossen sein guck guck da ob du es reparieren kannst nicht macht die leitung kaputt macht die leitung kaputt joda macht die leite kommt richtig drama bei euch ja wie so ein film wo irgendwie auf einer ölstelle und da fließt auf einmal das ganze öl raus ja so sieht das auch echt aus ich stelle mir nur gerade ein inventar vor oder kann man mal hast du eine silk touch mit haben da leider nicht ne warte doch ich habe eine warte warte möchte ich das besser ich komme so schnell ist schon besser ich habe schon abgesaugt wo ist meine goldene pickaxe ich habe es schon besser gemacht sieht schon nicht mehr so klobig aus selbst trotzdem muss man können also ich hatte es aber nicht gehabt bis immer da einfach das bisschen hast du die leitung gekappt jona ja ich habe erstmal die leitung gekappt alter wie viele zombies da sind fünf zombies unten in der höhle und die wollen mich alle killen und das ist ein golem oder richtig krasses vieh oder mobbing oder sowas okay muss erst mal ganz kurz die stromverbindung kappen das aber was läuft hier falsch keine ahnung guck mal ist hier alles raus gefloppt geploppt 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 shoppt ja weil hier warte da muss auf nicht auf in out da muss auf extract und jetzt kann ist an hier ist auch auf extract hier muss auf insert aber wieso kommt das trotzdem nicht durch insert es läuft trotzdem nicht durch jona herbert vielleicht müssen ein kabel direkt an die query anschließen die musik gerade die lorl wenn es geht kein art drittweg aber normal machen man kann von weitem die konturen erkennen dass das problem hat kugel was einfach finde party ist ja lass mal ein bisschen in 1 1 Ja, ich weiß auch noch nicht. Ich bin noch nicht hundertprozentig zufrieden. Mach dich gerade drauf. Kannst du mal die ganzen Materialien, die hier rumflogen, in die Kiste tun? Ich würde das Ding vielleicht an der anderen Seite bauen. Ja, an der anderen Seite. Weil du hast generell schon den Vorsprung, weißt du? Ja, ich weiß, aber das ist... Jetzt war es rein? Das kann ich leider nicht machen. Also, warte mal kurz. Der Sprung ist doch gerade gar nicht angeschlossen. Herbert, aber das hat doch keinen Effekt auf die... Warten die alten Konduins eigentlich Strom? Nein. Kann ich mal ganz kurz, kann ich nur ganz kurz bitte, Oven? Einfach mal ein bisschen... Weil du es oben aus der Küste rausziehen musst. Warte. Jetzt hört. Alter, diese... Hä? Jetzt eine. Hä? Oh, fass. Alles gut. Oh nein, ich hasse. Ich habe... Warte, warte. Juna, ich habe das Problem. Always active. So, jetzt. Ja. Jetzt. Ja, es läuft ab. Oven, Stromversorgung kann wiederhergestellt werden. Äh. Wo sind die Strohkabeln? Ich habe eins. Ja, das geht. Sieht nicht so scheiße aus. Okay. Alter, das geht ja fix. Die Anlage funktioniert wegen meinen ganzen schönen, äh, Dings. Sterling-Generatoren. Schön mit Kohle, die gute alte Kohle, ne? Tja. Vielen Dank.